Mein Name ist Carmen Kaiser, Beraterin im psychosozialen Bereich, Kinesiologin und Institutleiterin. Mein Name ist Evelyn Burkhardt, diplomierte Ernährungstherapeutin. Wir möchten Sie gerne einladen zum Tag der offenen Tür. Am Freitag, 24. Mai, ab dem 4 Uhr an der Stationsstrasse 17 in Wetziken. Falls Ihnen manchmal auch schwer, sich mitzuteilen oder haben Sie das Gefühl, Sie werden nicht verstanden? Bei uns im Institut für psychosoziale Bildung lernen Sie kommunizieren, wir bieten aber auch Ausbildungen an. Möchten Sie etwas verändern und all die Ernährungsempfehlungen aus dem Internet verunsichern Sie mehr, als dass Sie Ihnen weiterhelfen? Ich zeige Ihnen, wie man mit individuellen Ernährungsansätzen bestimmte Kochmethoden die Gesundheit von jedem Menschen nachhaltig verändern kann. Also nicht vergessen, am Freitag, am 24. Mai, auf die Fiere. Sie sind ganz herzlich willkommen bei uns. Wanderungsans Ende des erstes. Wanderungsans